Diese Grafik, die ich dir hier jetzt zeigen werde, hat das Potenzial, dein gesamtes Leben grundlegend auf den Kopf zu stellen, grundlegend zu verändern und gleichzeitig hat das Verständnis dieser Grafik den Effekt, dass du erkennst, warum dein Leben da ist, wo es ist und was die überdurchschnittlich erfolgreichen Leute, egal ob von körperlicher Fitness gesehen, beruflich, finanziell, von den Leuten entscheidet, die genau das nicht sind. All das erfährst du hier in diesem Video, all das erfährst du hier in dieser Grafik und wenn du diese Grafik gleich siehst und denkst, oh, okay, das ist spannend und das wäre auch was für Peter oder Silke oder Sarah oder irgendwen, dann teile das Video an Peter oder Silke oder Sarah oder irgendwen. Ich möchte gar nicht lange reden hier im Vorfeld, sondern ich möchte dir die Grafik direkt zeigen, damit du weißt, wovon ich rede. Es geht um ein grundlegendes Thema und zwar, egal wo du gerade stehst im Leben, ob ganz unten, ganz oben, irgendwo dazwischen, egal wo du gerade stehst, es gibt eine ausschlaggebende Kraft, die dafür verantwortlich ist, dass du da bist, wo du bist und das sind die Entscheidungen, die du in den Jahren davor getroffen hast. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Entscheidung, ja, okay, ist klar, aber es gibt zwei grundlegende Unterschiede bei Entscheidungen, die wir treffen können. Und zwar möchte ich dir folgendes Beispiel geben. Es gibt eine Menge Sachen, die du tun kannst, wo du sofort Glück erfährst, wo dein Gehirn sofort reagiert und Dopamin ausschüttet. Und im 21. Jahrhundert in der heutigen Zeit gibt es davon mehr Dinge als jemals in der Geschichte der Menschheit zuvor. Das ist sowohl Fluch als auch Segen. Denn es ist Segen dadurch, dass wenn wir uns mal scheiße fühlen, haben wir verschiedene Gadgets, haben wir verschiedene Möglichkeiten, um uns, um das Ganze etwas abzufedern, um uns vorerst eventuell besser zu fühlen. Der Fluch dahinter ist aber, dass diese Dinge süchtig machen, dass das Dopamin, was als Folge dessen ausgeschüttet wird, süchtig macht und wir nachhaltig genau oder langfristig genau das Gegenteil von dem bekommen, was wir eigentlich wollen. So, hier ist die Grafik. Also, du siehst einen horizontalen Strich. Dieser horizontale Strich, da ist ein T. Das T steht für Zeit. Das heißt, dieser Strich ist die Zeit und dann findest du hier eine Achse mit einem Plus für positiv und einem Minus für negativ. Es gibt jetzt einige Entscheidungen, die du treffen kannst, wo du sofort positives Feedback von deinem Gehirn bekommst, in Form von Glückshormonen, in Form von Dopamin beispielsweise oder Serotonin, Endorphine, irgendeine Form von Glückshormonen beispielsweise. Und das kann zum Beispiel sein, wenn du einen Instagram-Post machst. Du machst einen Post bei Instagram und auf einmal bekommst du Feedback. Das heißt, du bekommst Likes, du bekommst Kommentare. Aus biologischer Sicht passiert folgendes. Du fühlst dich gesehen, du fühlst dich bestätigt und dein Gehirn schüttet eben diese Glückshormone aus. Fühlt sich gut an, sofort. So, wenn du das jetzt aber jeden Tag machst und du brauchst das irgendwann, damit du dich gesehen, bestätigt fühlst, damit du das Gefühl hast, jemand zu sein, der Wert hat, dann passiert folgendes. Und zwar das hier. Das heißt, die Folge davon ist, dass am Anfang diese Positivität sich verwandelt in eine Negativität langfristig. Denn du wirst zum Sklaven der sozialen Medien, wenn das das Tool ist, über das du dir permanent dein Glück generierst. Außerdem, und es gibt da Videos von, das ist kein Geheimnis, Facebook, Instagram und Co. arbeiten und haben extra Mitarbeiter, die an sogenannten Dopamin-Feedback-Loops arbeiten. Das heißt, Instagram und Facebook weiß ganz genau, ah, okay, der Mike, der ist im Durchschnitt zwölf Minuten bei Instagram. Also nach elf Minuten zeigen wir ihr einen Post an, den er mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent gut findet, damit wir die Zeitspanne erhöhen, die er auf Instagram verweilt. Oder auf Facebook oder ähnliches. So, und wenn das lange genug passiert, dann generiert dein Gehirn eine Dopamin-Feedback-Schleife, sodass du süchtig wirst, buchstäblich süchtig. Dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen Koks und Instagram. Sucht ist Sucht. So, buchstäblich süchtig wirst, nach den sozialen Medien, in dem Fall Instagram. Aber es wird noch krasser. Denn dieses Phänomen verhält sich auf allen Ebenen so. Stell dir vor, du sitzt morgen Abend zu Hause und jetzt hast du die Entscheidung, esse ich eine Pizza oder esse ich einen Salat? Und du entscheidest dich für die Pizza. Wird sich natürlich sofort gut anfühlen. Du wirst das essen, wirst denken, oh, ist die lecker und so weiter und so fort. Dein Gehirn schüttet sofort Dopamin aus. Oder du denkst dir, oh, jetzt eine Tafel Schokolade. Entscheidest dich für die Tafel Schokolade. Fühlt sich sofort gut an. Was passiert jetzt aber, wenn das dein Gimmick wird, wenn das dein Werkzeug wird, über das du dein eigenes Glück generierst? Was passiert, wenn du jetzt jeden Abend nach der Arbeit nach Hause kommst, beispielsweise, und dir denkst, oh, jetzt brauche ich meine Tafel Schokolade. Oder, oh, jetzt heute Abend wieder meine Pizza. Oder, oh, jetzt heute Abend mache ich mir wieder die Dose Pilz auf. Was passiert dann? Dann passiert folgendes, du wirst abhängig von dieser Sache und wenn du die lang genug wiederholst, wenn du jeden Abend das Bier trinkst, wenn du jeden Abend die Pizza isst, wenn du jeden Abend die Schokolade isst, dann wirst du langfristig enorm negative Folgen haben. Zum Beispiel in Form von Bequemlichkeit, in Form von Fettleibigkeit, in Form von einem ungesunden Lebensstil. Du wirst sämtliche Negativität als Folge davon spüren. Nicht sofort, aber über den Faktor Zeit. So, und der eine oder andere mag das sehen und eventuell das Gefühl haben, dass er ungefähr vielleicht jetzt gerade hier ist. Vielleicht auch hier. Oder hier. Oder vielleicht sogar hier. Und wenn das so ist, dann kann ich dich verstehen. Wirklich. Denn mir ging es ganz genauso. Ich war genau an dem Punkt da ganz unten. Ich hatte keine Kraft. Ich wollte, aber ich konnte mich nicht verändern. Und ich war am Boden. Ich kam da nicht raus. Ich hatte noch niemals den Willen dazu, beziehungsweise die Möglichkeit dazu, den Willen zu generieren, um da wieder rauszukommen. Jetzt gibt es aber Hoffnung. Wenn du das Gefühl hast, es trifft auf dich zu, gibt es Hoffnung. Denn wir haben eine Art Muskel in unserem Gehirn. Der PFC, der präfrontale Kortex, ist eine Art Willensmuskel, den du trainieren kannst. Was heißt das konkret? Im Gegensatz zu diesen Entscheidungen gibt es dazu konträre Entscheidungen, die du jederzeit treffen kannst und die jetzt Folgendes mit dir machen. Du triffst zum Beispiel die Entscheidung zu meditieren. Was wird passieren? Du wirst dich hinsetzen, wirst da 10 Minuten sitzen, 15 Minuten sitzen, vielleicht 20 Minuten da sitzen und du wirst merken, okay, gegenüber der Schokolade, da kam gar kein Dopamin. Ich fühle mich jetzt nicht sonderlich besser oder erleuchteter oder irgendwas. Ich fühle mich irgendwie ähnlich wie vorhin, vielleicht ein bisschen klarer. Ha, okay. Oder, anderes Beispiel, du entscheidest dich dafür, ein Buch zu lesen. So, und du liest dich, du setzt dich dahin, entscheidest dich proaktiv gegen Netflix für das Buch und du liest irgendwie 30 Seiten oder 40 Seiten und machst das Buch zu und eventuell waren Informationen dabei, die dich gecatcht haben, vielleicht aber auch nicht. Und wenn das nicht der Fall war, dann wirst du dich nicht sonderlich anders fühlen und dein Gehirn hat diesen Dopaminausstoß nicht generiert. Wenn wir das jetzt sehen, im ersten Moment, ist die Wahl eindeutig. So, scheiß auf Meditieren, scheiß auf Bücher, scheiß auf alles, let's go to Netflix und chillen und Schokolade. So, es macht am Anfang erstmal Sinn. Aber jetzt kommt die Krux an der Sache. Denn, und das ist der Life Changer, das ist das, was dein Leben verändern wird, wenn du diese Entscheidungen triffst, geht die Kurve ähnlich wie bei den Entscheidungen, die sofort Dopaminausstöße zufolge haben, langfristig nach oben. Das heißt, als Faustformel können wir sagen, all das, was dir sehr schnell viel Dopamin gibt, Alkohol, Drogen, Pizza, ungesundes Essen, Instagram, Facebook und Co. All das wird dich langfristig runterziehen und zu einem Punkt bringen, an dem du nicht sein möchtest. Du wirst bequemer werden, du wirst fauler werden, du wirst unsportlicher werden, du wirst gegebenenfalls abhängig werden von sozialen Medien, von Schokolade, von Alkohol, etc. Du wirst langfristig von all den Dingen, die dir kurzfristig das Glück versprechen, langfristig wirst du dir dadurch das Genick brechen. Umgekehrt, und das ist der Segen, das ist die Hoffnung, das ist das Gute an der Sache, verhält es sich genau so. Das heißt, jede Entscheidung, die du triffst, die dir nicht sofortiges Glück bringt, wo du aber genau weißt, das macht Sinn, wie beispielsweise Lesen, Meditieren, Sport, gesunde Ernährung. All das sind diese Sachen, die on the long run dich genau dahin befördern, wo du sein willst. Und ich zitiere es seit Jahren, der liebe Goethe hat einmal gesagt, ich zeige nochmal die Grafik dazu, jeder will sein, aber keiner will werden. Jeder will die Benefits haben, von denen lange Jahre an Entscheidungen, wie ich fange an zu lesen, ich fange an zu meditieren, ich mache Sport, jeder will die Benefits davon haben, jeder sagt, ich würde gerne ruhiger sein, ich würde gerne mehr bei mir sein, ich würde gerne gebildeter sein, ich wäre gerne sportlicher, ich hätte gerne einen besseren Körper, ich würde mich gerne fitter fühlen, ich wäre gerne vitaler. Nahezu durch die Bank wird das jeder unterschreiben. Die einzige Frage ist, bist du bereit, auf die Dinge zu verzichten, die dir die sofortige Belohnung geben, die dir das sofortige Glück geben, die dir das schnelle Glück geben? Wenn ja, dann hast du dein Leben in der Hand und wirst dein Leben proaktiv so kreieren können, wie du es möchtest. Denn das ist der Unterschied, der die Spreu vom Weizen trinkt, äh, trennt, sorry, und jeder erfolgreiche Mensch, der irgendwo hier oben ist, wird dir das unterschreiben. Der wird das wissen. Egal, ob da jemand einen überdurchschnittlich guten Körper hat, der wird wissen, dass er den hat, weil er sich oft hier gegen entschieden hat, gegen die Schokolade, gegen den Burger, gegen die Pizza. Ja, natürlich. So, fühlt sich das gut an? Nein, im ersten Moment fühlt sich das nicht gut an. Aber, es erträgt die Früchte davon, weil er am Anfang geerntet hat, weil er am Anfang sich bewusst anders entschieden hat. Und das sind die Möglichkeiten, die Instrumente, die du hast, um dein Leben langfristig zu verändern. Eine Sache noch zum Schluss, die doppelt geil ist und doppelt für Motivation sorgt, diese Entscheidung für dich zu treffen. Und zwar, dadurch, dass du jetzt zum Beispiel seit 5 Jahren zu Hause sitzt, ein Coach Potato bist, dich immer für den Easy Way entschieden hast, für Netflix, Cola, Alkohol, Bier, etc. hast du vielleicht wenig Motivation zur Veränderung. Und machen wir uns nichts vor. Ich möchte hier keine Illusionen verkaufen. Sowas fühlt sich am Anfang nicht gut an. Du wirst nicht diese Entscheidung treffen und das spüren, was du hier getroffen hast. Im genauen Gegenteil. Du wirst das Gegenteil fühlen. Und ich weiß, wie das ist. Ich war mit 110 Kilo im Fitnessstudio und habe mich auf dem Laufband abgerackert, ohne Ende, konnte irgendwie mit 7 kmh, war da am Rennen, am Schwitzen wie ein Schwein und habe nach links geguckt und da lief so ein Typ, der sich irgendwie gerade auf den Marathon vorbereitet hat. Der lief da lang wie so eine Gazelle, war irgendwie über das Laufband am Schweben. Das fühlte sie nicht gut an für mich. Im Gegenteil. Leute, das kann ich euch sagen. Das fühlte sich alles andere als gut an für mich. Ich fühlte mich nämlich hier. So. Aber ich wusste genau, ich muss diese Entscheidung nur lange noch treffen, dann fühle ich mich so. Und genau so ist es gekommen. Und jetzt kommt das Beste daran. Wenn du daran festhältst und diese Entscheidung lange genug triffst, dann wird es immer weniger schlimm, diese Entscheidung zu treffen. Wieso ist das so? Dieses Gefühl entsteht unter anderem daraus, dass Dinge neu für dich sind, dass du deine Comfortzone verlässt. In Bezug auf Sport beispielsweise, dass du dich in eine neue Umgebung begibst, dass du deinen Körper strapazierst, wie du den zuvor vielleicht noch nicht gefordert hast, dass du neue Menschen siehst viel, eine ungewohnte Umgebung, dass du dich vielleicht unsicher fühlst, weil du nicht weißt, wie du die Übungen richtig auszuführen hast, dass du dich vielleicht beobachtet fühlst, als Folge dessen und so weiter. All das fühlt sich nicht gut an. Aber, und das ist das Gute, all diese Entscheidungen werden immer weniger schlimm, ebenfalls über den Faktor Zeit. Denn die Dinge verändern sich. Du wirst die Leute kennenlernen, die da um dich herum trainieren. Du wirst die Geräte besser kennenlernen mit jedem, mit dem du da bist und dich dafür entscheidest, das Richtige zu tun. Das heißt, die Entscheidung, die Hürde, dich zu motivieren, das zu tun, wird immer kleiner, die Benefits bleiben aber höher. Und so verhält es sich überall. Wenn du dich heute dafür entscheidest, jetzt gleich ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen, dann wird da vielleicht nichts bei sein, was irgendwie life-changing für dich ist. Im Gegenteil, du wirst dich vielleicht gegen Netflix entscheiden, was dich sofort gut fühlen lassen würde, wo du dich berieseln lassen kannst. Und für ein Buch, und das wäre vielleicht echt, echt erstmal ein Akt, dich wirklich dafür zu entscheiden. Aber, wenn du das öfter machst, dann wirst du in den Büchern Informationen finden. Manchmal liest du und liest du und liest du und da ist nichts wirklich bei, was dein Leben grundsätzlich verändert. Und dann liest du einen einzigen Satz und zack, alles verändert sich. Du liest manchmal einen Satz und der schlägt sowas von ein, dass sich alles verändert. Und das sind die Früchte, die du daraus trägst, wenn du dich proaktiv lange genug für diesen Weg entscheidest. Und du hast die Macht dazu, das zu tun, jederzeit. Fang klein an. Steiger dich. Dein Willensmuskel, der wird größer mit der Zeit und es wird dir immer leichter fallen, neue Dinge zu lernen, neue Entscheidungen zu treffen und dich eben gegen das schnelle Glück zu entscheiden für die Dinge, die du eigentlich willst. Und das ist auch der grundlegende Unterschied zwischen extrem erfolgreichen Menschen und extrem unerfolgreichen Menschen. Die unerfolgreichen Menschen, geht mal raus in irgendeinen Euroshop. So, ihr werdet da folgende Menschen nicht treffen und zwar die. Die laufen da nicht rum. Denn die denken, was soll ich damit? Die Menschen, die das schnelle Glück suchen, weil sie sonst nichts in ihrem Leben haben, die gehen in einen Euroshop. Die kaufen sich die ganzen Sachen, weil sie sich dann schnell gut fühlen dadurch. Guck dir die Leute an, die in Spielotheken sind. Guck dir die Leute an, die in Süchte verfallen sind. Guck dir die Leute an, die über Jahre lang zu Hause jeden Abend im Fernsehen gucken. So, die Muster sind immer dieselben. Es ist immer immer dasselbe Muster dahinter. Hingegen die Leute, die extrem erfolgreich sind, wissen genau das. Die sind dazu bereit, zu verzichten. Und wenn du heute beginnst, zu verzichten auf die Dinge, die dir sofortiges Glück versprechen, für die Dinge, von denen du weißt, dass sie dich langfristig genau dahin führen, wo du eigentlich sein möchtest, dann bist du hier an der richtigen Stelle. Und dann gebe ich dir jetzt noch einen Tipp mit an die Hand, wo du direkt morgen damit beginnen kannst. Oder auch noch jetzt, sofort, nachdem du dieses Video schaust, sofern du zu Hause bist. Und zwar, etablier ab heute kaltes Duschen. Warum kalt duschen? Was hat das jetzt für einen Zusammenhang mit all dem, worüber ich hier gesprochen habe? Das ist relativ einfach. Dein Willensmuskel, dein präfrontaler Kortex, kann nicht unterscheiden zwischen verschiedenen Herausforderungen. Der kann nicht unterscheiden zwischen, ich gehe jetzt los, melde mich in einem Fitnessstudio an und gehe regelmäßig trainieren oder ich überwinde mich und gehe kalt duschen jeden Tag für 15 Sekunden. Dein Gehirn kann das nicht unterscheiden. Wenn du aber selbst täglich den Step outside the Comfort Zone bei dir gehst, dich dazu entscheidest, kalt zu duschen, dann wird dein Willensmuskel größer und es wird dir um einiges leichter fallen, auch die ganzen anderen Entscheidungen zu treffen, die dir langfristig das Leben bescheren, was du eigentlich haben willst. Wenn du dann noch tiefer einsteigen willst, wenn du sagst, ich packe es alleine nicht, ich brauche Hilfe, dann klick unter dem Video auf den Link, da kommst du zu meinem Coaching, trag dich da ein und dann hören wir beide uns. Bis dahin wünsche ich dir nur das Beste, mach es gut, adios. Bis dahin wünsche ich dir